Heute erfahrt ihr, wer alles auf meiner Insel wohnt und ihr lernt meine Managerin kennen. Hallo und herzlich willkommen auf Ina Island. Heute lernt ihr die Inselbewohner von Ina Island kennen. Da ich persönlich aber leider verhindert bin, da ich an der Challenge von so weit YouTube teilnehme und noch echt viel Arbeit vor mir habe, übernimmt an dieser Stelle freundlicherweise meine Managerin für mich. Die hat da auch ein bisschen mehr Überblick als ich. Ja und wir sehen uns dann später wieder. Ciao! Ja, grüß Gott, da bin ich irgendwie wieder, gell? Haben sie mich vermisst, gell? Ja, ich war im Urlaub, gell? Ja, so viel Zeit haben wir jetzt gern zum, äh, zum Rennen da, gell? Weil ich zeig ihnen heute, wer alles auf der Insel wohnt, gell? Und wir fangen auch gleich an, weil außer der Chefin, ja, der Ina, haben wir da zum Beispiel noch der, da der Saabreis, ich meine natürlich, ja, die Schwäbin mit ihrer schwäbischen Sessions fast. So, bitte alle mitsprechen, ja? Mein Brechtlingsgeselles herfallen ist nahe gehadelt. Nochmal. Mein Brechtlingsgeselles herfallen ist nahe gehadelt. Dann haben wir die Niederländerin, gell? Die noch ein bisschen an ihrer, an ihrer Themenfindung da noch arbeiten muss, gell? Ja. Aber sie hat einen Platz gekriegt, gell? So, die wichtigste ist, zu wissen, was glücklich macht, ja? Wenn sie wissen, was sie glücklich macht, ja? Dann haben sie so, die halbe mitte, ja? Und dann können sie das auch verkaufen kreden, ja? Aber in diese Jahreszeit ist das auch verkaufen. Es ist ein bisschen unkönig. Ich kaufe sie lieber im Frühjahr, wenn ich noch duur bewachsen, ja? Ja? Und wenn sie wissen, was sie glücklich macht, dann können sie ihnen sagen, okay, wo bekomme ich was sie mich glücklich macht, ja? Wie bekomme ich das, was sie mich glücklich macht? So bei mir ist so, mich macht schokolade glücklich, ja? So, wenn Schokolade mich glücklich macht, dann muss ich überlegen, wo hat nachts noch ein Tanksteller rauf? Und zu guter Letzt, meine Wenigkeit, gell? Wie ich schon bemerkt habe. Und jetzt soll ich in das Ganze da, äh, mehrere Strukturen rein. Und dann wird gesagt, es wird auf IA Island zwei Shows geben, ja? Zwei Programme, wo es um Sprachen geht, also Dialektien und Akzente, gell? Und da hat der Niederländer, da war es gleich klar beim Niederländer, gell? Äh, dass der ihn schon kriegt, gell? Weil ein niederländisches Entertainment brauchen wir ja immer. Also wenn du mich fragst, gell, aber gut. Und die Schwäbin, gell? Die hat auch gesagt, sie möchte unbedingt mit ihren Sessions da weitermachen, gell? Aber nur, aber nur wenn es nicht zu viel kostet. Weißt du, also, seien wir mal ehrlich. Und dann hab ich gesagt, okay, dann macht ihr euer Show da, gell? Und ich, ich bringe ein wenig Ordnung da rein, gell? Weil du schaut so aus, wenn du die Bücher anschaust, mei. Seien wir mal ehrlich, gell? Da, da mit Struktur, da hat es sie ihnen nicht so, gell? Also, muss man leider sagen. Ja, und dann haben wir beschlossen, dass ich jetzt Managerin bin. Ich bin ganz zufrieden damit, gell? Und dann schauen wir jetzt einmal, wie es weitergeht, gell? Schauen wir mal und dann sehen wir schon. Gell? Oh, äh, warten Sie mal. Ja? In Ordnung? Okay, bis gleich. Ja, ich hab gerade gesagt, dass die Chefin gleich wieder kommt. Meine Aufgabe ist, äh, für heute erledigt, gell? Und wir singen uns. So, da bin ich wieder. Und was, was denkt ihr, was sagt ihr zu meiner Managerin? Macht sie einen guten Job? Schreibt es mir ruhig mal unten in die Kästchen rein, ja? Weil ich muss ja wissen, wen ich anstelle. Da ist mir eure Meinung natürlich auch sehr wichtig. Ja? Ähm, was jetzt noch auf meinem Plan steht, ist, es wird ein Video geben, in dem ich die aktuellen Themen von Inna Island doch mal genauer erläutere, weil die hatten jetzt in diesem Video nicht wirklich Platz, ja? Und wenn euch das Video hier gefallen hat, dann dürft ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Oh nein, aber nur mehr. Und natürlich auch nicht die Glocke vergessen, weil wenn ihr die aktiviert habt, dann passt ihr kein Video. Ja, verfolgen könnt ihr mich auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das war's auch schon. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. 'm